Für unsere IT ist das Thema Sicherheit ein großes Thema. Genauso gut aber auch die Flexibilität und dazwischen quasi den richtigen Weg zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Sicherheit ist für uns als Übertragungsnetzbetreiber in der Informationstechnologie, um unsere Systeme und Informationen naturgemäß zu schützen, extrem wichtig. Mit der QSC gemeinsam ist die größte Herausforderung letztendlich für die IT, die Prozesse zu optimieren. Die Gußmann Group ist einer der weltweit größten Multidienstleister. Wir haben die QSC schätzen gelernt als ein Provider, der unser Geschäft versteht, der die Schnelligkeit und Flexibilität, die wir benötigen, versteht und sich darauf auch eingestellt hat. Vielen Dank. Die QSC macht für uns im Grunde den SAP Basisbetrieb. Er ist ein pragmatisch bodenständiger Dienstleister, der mit uns gemeinsam die Lösung für einen vernünftigen IT-Betrieb entwickelt und entwickelt hat. Ich hoffe auch, dass das so bleibt. Wir sind mit der Dienstleistung von QSC sehr zufriedener. Also die Partnerschaft, die sich da im Laufe dieser jetzt knapp drei Betriebsjahre ergeben hat, ist auf einem sehr hohen Niveau und die Zahlen der Verfügbarkeit der IT-Räume zeigen eigentlich auch, dass die Qualität stimmt. Unsere Zukunft wird maßgeblich durch die Trends, die Industrialisierung der IT und Vernetzung der Arbeitswelt bestimmt. Unsere Kunden brauchen Lösungen für diese Entwicklung. QSC hat die Antworten. Wir managen die komplette IT unserer Kunden, auch zukünftig. Ich möchte die QSC zum innovativsten und führenden Dienstleister in der Branche machen. QSC wird ein Softwareentwicklungsunternehmen.